servus meine sehr verehrten damen und herren in patch 10.2 von world of warcraft dragonflight wird es möglich sein all eure dragon riding drachen in ein sattes weiß einzutauchen das hat blizzard gestern bzw wenn ihr dieses video seht vorgestern auf seinem instagram kanal bekannt gegeben aktuell ist es ja so ihr habt bei jedem der fünf drachen ich sehe gerade der niederdrache poppt immer noch nicht hier auf also scheint es da immer noch probleme zu geben aber ihr habt immer quasi dieselben farben sprich schwarz eine ist je nach drache baseline freigeschaltet blau für rum bei den tusca dann bronze beim walddracken abkommen grünen ruhmstufe bei den zentauren rot ruhmstufe bei den drachen schuppen bei der drachen schuppen expedition schwarz war glaube ich hier bei den na furorion und dingsbums meine ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher und diese ewige farbe die gab es aus dämmerung des ewigen und wie bereits erwähnt mit patch 10.2 kommt da dann noch die weiße farbe hinzu könnte tatsächlich je nach drache ganz nett aussehen wobei ich auf der anderen seite auch ganz ehrlich bin wenn ich mir diese fußhub hier angucke ich glaube an dem sieht gar keine farbe gut aus aber genug gebäsche für den für den klippen will drachen hier seht ihr den kriecher drachen in weiß das sieht tatsächlich wie ich finde ziemlich ziemlich nice aus gefällt mir auf den ersten blick ganz gut jetzt ist noch die frage wie bekommt ihr diese dinger und das ist relativ einfach und zwar müsst ihr ein neues kapitel der questline rund um tür abschließen bzw da sie reinschreiben complete the tür questline to unlock white scales for your dragon riding mounts dürfte es so sein diese ganze questline hatte damals angefangen hier oben auf dem sitz der aspekte hat euch dann hier nach türholt gebracht und so weiter und so fort es hört sich so an als würde diese questline in patch 10.2 ihr ende finden und wenn ihr das dann gemacht habt dann bekommt ihr diese weißen schuppen die frage ist jetzt halt und das habe ich in den aus dieser sache nicht rauslesen können reicht es quasi das kapitel aus patch 10 punkt 2 zu spielen oder müsst ihr auf einem char alle kapitel zuvor oder die vorherigen gespielt haben plus die neue weil sie schreiben ja vervollständigt die tür questline und nicht vervollständigt das 10.2 tür dingsbums also das ist halt die frage ist das jetzt so ein übersetzungs dingens kann man da zwischen den zeilen lesen oder lese ich da mehr rein als als eigentlich dahinter steckt aber prinzipiell würde ich jetzt mal schätzen da sie es noch nicht klarifiziert haben wäre es nicht schlecht wenn ihr einen charakter habt wo ihr die ganze questline gespielt habt und auf 10.2 dann den rest vervollständigt aber gut wer weiß vielleicht geben sie uns da irgendwann nochmal aufklärung beziehungsweise spätestens wenn der patch draußen ist wird man es ja sehen ich denke mal es wird irgendwie an den erfolg gekoppelt sein oder man bekommt zum abschluss der quest hier seht ihr schon in tiers fußstapfen schließt die unten aufgelisteten quest erfolge ab das waren die ersten teile die damit zu tun hatten teilweise auch wir werden sehen wir werden sehen damit danke an euch fürs zusehen falls ihr da mehr wisst oder was weiß ich schreibt es gerne in die kommentare vielleicht habe ich auch einfach irgendwas übersehen das kann natürlich auch sein dementsprechend bin ich für jeden hinweis dankbar und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen